Moin, mein YouTuber und herzlich willkommen hier zu unserem ersten Turnierbericht von der Deutschen Meisterschaft, die vergangenes Wochenende in Bochum stattfand. Wir waren jetzt zum ersten Mal auf einem größeren Turnier und man hat auch direkt den qualitativen Unterschied gesehen zu einer Local oder einer Regional. Das waren nämlich sonst so die Formate, auf denen wir gespielt hatten. Ich werde euch heute auf jeden Fall mein Deck zeigen, aber nur kurz. Das kennt ihr ja. Dann meine Matchups und ein bisschen generell von meinem persönlichen Eindruck vom Turnier. Ja, und ich kann nur noch mal darauf verweisen, wir sind im Moment da dran, den Turnierbericht, den Turnierbericht, Leute, den Vlog zu cutten. Das wird ein bisschen aufwendiger werden. Wir haben da jetzt noch überhaupt gar keine Erfahrung mit, deshalb geduldet euch noch ein bisschen. Es kann auch sein, dass wir das erst nächste Woche hinbekommen, aber wir werden das schon irgendwann für euch bereithalten. Ich meine, die Erfahrung wollen wir auf jeden Fall mit euch teilen. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall mal kurz zum Deck. Wie gesagt, ist halt True Draco. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich gedacht hätte, ich hätte einen guten Metacall damit, aber ich wurde halt eines Besseren belehrt, sagen wir es mal so. Ich fange mal mit den Monstern an. Einmal Dynamite Logik, zweimal Matches Team Maiden. Dann habe ich auf zwei gecuttet, weil die mir zu Bricky kamen und dreimal Ignis, also eigentlich relativ Standard, die sechs Monster. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, noch zwei Inspector Border zu spielen im Main. Kam eigentlich auch nicht schlecht, aber ich habe mir von der Karte deutlich mehr erhofft. Also sie hat mich tatsächlich ein wenig enttäuscht, was die Tragweite des Effektes angegangen ist. Die meisten Gegner, wogegen ich den First Turn halt hatte, hatten halt Pankertrops sogar im Main Deck. Ich habe gegen einen gespielt. Der hatte tatsächlich alles, was man sich an Backrow Removal vorstellt und an Monster Removal, was für Second eigentlich gegangen ist oder gedacht ist, hatte der im Main Deck. Und es war halt einfach zu witzig. Also ich werde sie sehr wahrscheinlich ins Side Deck tun und wahrscheinlich auch nur zwei Stück. Ich habe nämlich noch einen im Side, wie ihr gleich sehen werdet. Also das waren auf jeden Fall die Monster. Zu den Zauberkarten Standard, True Draco, dreimal Heritage, dreimal Disciples und dreimal Darstellung. Das ist absolutes Standard. Würde ich auch keinem empfehlen, das irgendwie auf geringerer Ratio zu spielen. Das ist einfach zu gut. Zu den Drawkarten, zweimal Duality, einmal nur Pot of Desires. Dafür habe ich mich für einen Upstart entschieden. Warum nur einmal Desires? Weil ich mir gedacht habe, du möchtest in dem Deck eigentlich Desires nicht aktivieren. Du hast genug Drawpower eigentlich schon so durch die ganzen True Draco Spells. Und auch hier durch die ganze Brigade, die natürlich noch mit der besten, Card of Demise, ersetzt wird. Das ziehe ich mal kurz nach oben. Ja, auf jeden Fall dann lieber einen Upstart. Den könnt ihr dann auch nochmal so aktivieren. Kam eigentlich nicht schlecht, hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also würde ich auch auf jeden Fall so weiterspielen. Dann zur letzten Spell, zweimal Terraforming. Einfach weil ihr Diagram braucht und Diagram euer Spiel rettet. Deshalb fünf Diagramen. Staple. Dann True King Return und dreimal Apocalypse. Die beste Falle. Fast schon im ganzen Turnier für mich gewesen. Also die Karte kam richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, ich habe mich ja für die, ja, Floodgate-Variante entschieden. Also Monarch Terrap dreimal kam auch nicht schlecht. Ich habe mir aber auch, wie beim Zweck der Border, ein bisschen mehr erhofft. Dann auch mit einer der besten Karten. Pure Order hat mir das erste Match gegen Mystic Mine gewonnen. Aber dazu gleich mehr bei den Match-Ups. Einmal Soul Drain. Das war jetzt von mir eine persönliche Tag. Habe ich mir gedacht, weil die meisten Decks im Moment in der Meta sehr auf den Friedhof bauen. Kam eigentlich nicht einmal. Ich habe die ein einziges Mal gesehen. Da habe ich gegen Crusader Guard Dragon gespielt. Da habe ich sie dann halt nicht gebraucht. Würde ich auch rauscutten, weil ihr generell gegen Orkos und so ein gutes Match-Up habt. Deshalb braucht ihr die eigentlich nicht. Sehr, sehr gute Floodgate. Es kann nur einen geben. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch die beste. Und zweimal im Permanent, einfach um irgendwas zu haben, was auf Second gehen kann. Gut, das wäre es zum Main Deck. Jetzt kommen wir noch kurz zum Side. Wie gesagt, der eine Inspector Border. Metaltron fürs Mirror Match. Dann dreimal Kugel-Modus, den ich leider Gottes nicht wirklich gesehen habe. Aber, ja, was soll's. Man kann halt nichts dagegen machen. Dann, zweimal Mystic Mine, eigentlich nur zum Second gehen, habe ich ein paar Mal gesehen. Kam aber eigentlich nie so wirklich gut. Also, ich hatte dann nicht die passende Hand dafür. Zweimal Anti-Spell gegen Sky Striker und Pendel. War auch in Ordnung. Also, auf jeden Fall kann ich euch dazu nur raten. Mit die beste Karte im Side Deck, Evenly Matched. Ist einfach krass im Moment. Outet im Prinzip fast jedes Board von den Metadecks wie Orkust, Sky Striker, Salamongrate. Braucht ihr nur eine Negation rauszubeten, dann habt ihr die halt relativ out of resources gebracht mit der einen Karte. Und dann dreimal gegen Evenly Matched. Finstere Bestechung, Dark Bride. Ja, kam auf jeden Fall in Klatsch. Hat mir zweimal Evenly Matched vom Hals gehalten. Also, eigentlich eine gute Karte. Kann ich euch nur empfehlen, die auch zu spielen. Gut, das war's mit dem Deck. Ich erzähle euch jetzt mal kurz noch was zu den Match-Ups. Ich lege euch den Zettel jetzt einfach mal hier hin. Egal, ob ihr das seht oder nicht. Damit ihr irgendwas anderes habt, außer die Matte. Mystic Mine war die erste Runde tatsächlich. Erste habe ich dann mit 300 Life-Points gewonnen. War eigentlich ziemlich cool. War das erste Mal, dass ich in Real Life dagegen gespielt habe. Aber True Draco hat halt das beste Match-Up von den Decks, die bisher jetzt rumlaufen. Und ist einfach relativ easy gewesen beim zweiten. Da seht ihr auch, er hatte noch 8000. Das war dann halt ein bisschen anders. Er hat halt viel Fallen gehabt. Öfter Dark Bride gehabt. Und ich kam einfach nicht durch. Ich habe die Mystic Mine nicht geschossen bekommen. War dann halt ein bisschen doof. Er hatte auch das Orakel. Hat mir öfter mal dann schlechtere Karten, zum Beispiel wie das There Can Be Only One, einfach nach oben gelegt. Wodurch ich einfach dann nicht ins Spiel kam. Und die dritte Runde, da hatten wir gerade gesightet. Da kam dann Deckcheck in der ersten Runde. Da habe ich mir dann auch gedacht, nice, erstmal auf der Deutschen Meisterschaft. Und dann direkt Deckcheck in der ersten Runde, der dann 13 Minuten gedauert hat. Also das war wohl mit einer der Rekordzeiten an dem Tag für das Deckcheck. Ja, wir haben halt auch alles noch drauf bekommen. Also 13 plus 13 natürlich Overtime. Aber man musste halt schon schön auf uns warten, weil wir die 13 Minuten fast daraus gespielt hatten. Ja, ich habe hier in dem Game, habe ich nur durch Imperial Order gewonnen. Er hatte nämlich die Mystic Mine und ich hatte keine weiteren Zauberkarten mehr. Und da kam die Imperial Order im letzten Spielzug und dann habe ich den OTK gedrückt. Kam halt so richtig in Klatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Imperial Order immer noch Staple, nicht nur gegen Sky Striker. Dann die zweite Runde, wo wir gerade von Sky Striker sprechen. Habe ich gegen Sky Striker gespielt. Sky Striker mit Mystic Mine. Ja, erste Runde hat er mich halt outgrinden können. Ging halt ein bisschen hin und her. Aber im Endeffekt war dann die Monster Reborn im Maindeck von ihm zu stark. Sie hat dann einfach einen Ignis genommen und dann Boreal Sword und über meine Monster drüber gelaufen. Diagram vorher geschossen. Da war dann nicht mehr viel zu machen. Und die zweite Runde war ziemlich interessant. Ich habe Metal Tron gebaut. Der war dann uneffected von allem. Und er kam natürlich nicht rum, außer mit Boreal Sword. Heißt, er hat immer Hayate beschworen und hat dann für 1.5 direkt angegriffen. Ich habe dann über seinen Sky Striker Link Monster angegriffen. Also auch 1.5 Schaden. Und das ging dann immer so weiter. Das Problem war halt nur, er hat zuerst angegriffen gehabt. Heißt, er hat dann auch zuerst den finalen Schlag setzen können. Ich habe leider keine Monster nachgezogen. Sonst wäre das wahrscheinlich für mich ausgegangen. Aber es war trotzdem ein sehr lustiges Duell. Ja, war eine schöne Erfahrung, das mal zu sehen, wie Sky Striker immer noch grinden kann. Dann das dritte Match gegen Danger Orkust. Erste Runde habe ich relativ easy gewonnen durch There Can Be Only One und Inspector Border. Zweimal, also jeweils auf der Starthand. Da war für ihn kein Durchkommen. Nach dem Siden habe ich dann gescoopt, weil ich nicht um sein Feld rumkam. Ich hatte überhaupt keine Going Second Karten gesehen, die ich reingesided hatte. War ein bisschen traurig, aber so ist das halt. Ist halt Kartenspiel. Und bei der dritten Runde, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mit eines der größten Misplays gemacht, die ich bisher gemacht hatte. Nämlich habe ich... Ich kann euch die Situation gar nicht mehr genau erklären, aber ich hatte Monarchs Errupt, einen Ignis und einen Inspector Border. Und habe irgendwie aus Panik die Monarchs Errupt zu schnell geflippt, womit ich dann den Effekt von Inspector Border negiert habe. Und dann war er eigentlich auch rum, weil er dann Penker Drops hatte und es war einfach nur dämlich gespielt. Das war so ein Misplay, was euch eigentlich nicht passieren sollte, vor allem nicht auf der DM. Aber naja, gut, was soll man machen? Ich war auch ein bisschen natürlich aufgeregt, war das erste größere Turnier von mir und war aber auch jeden Fall ein korrekter Dude. Wo dann auch, glaube ich, im Swiss war er dann Achter am Ende, also erfolgreich. Nochmal Gratulation an ihn. Dann Runde 4 gegen Crusader Guardragon. Erste Runde habe ich halt Flattgates gelegt, er kam nicht rum. Zweite Runde hat er ein Feld hingelegt, ich kam nicht rum. Und dritte Runde habe ich in OT Card, er hat ein bisschen gebrickt, noch ein kleines Misplay gemacht. Aber ja, er hat dann gesagt, ja gut, ich riskiere es mal. Ich hatte halt zwei Monster auf der Hand und zwei Diagram. Das war dann halt GG. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dritte Runde, äh, fünfte, Moment. Ja, fünfte Runde, hier steht zwar Runde 4, habe ich gegen... Oh, Moment mal kurz. Oh, okay, habe ich mir doppelt aufgeschrieben. Sehr gut, Leute. Auf jeden Fall fünfte Runde. Habe ich gegen True Draco extra Deck gespielt. Also ein, ja, halbweges Mirror Match. Es war richtig nervig. Ich hatte angefangen, natürlich. Und, naja, der Gegner hatte halt nicht so viel. Natürlich bei True Draco und Mirror Match ist es immer schießen, 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 bis dann einer irgendwann keine Ressourcen mehr hat. Das war halt übel lustig. Ging dann bei beiden ersten Duellen so. Und beim zweiten, da kam dann halt einfach die Waking the Dragon in Clutch. Ähm, der hat dann den ultimativen Falken gerufen und dann war halt Ende. Ich meine, da kommt man sehr schwer rum, äh, in True Draco, in der puren Variante. Und da hat er deutlich einen Vorteil gehabt. Ähm, und dann das letzte, die Runde 6, nach der ich dann auch gedroppt bin, ähm, auch gegen True Draco gespielt. Ich hab mal gedacht, ich würde irgendwie gegen Salamongrade spielen oder so, aber es war halt nicht der Fall. Ja, ich hab mir noch nichtmals was aufgeschrieben, aber es war richtig nice. Erste Runde hat, hab ich, glaub ich, gewonnen. Äh, zweiter hat er gewonnen. Und in der dritten Runde hatten wir dann beide den Metaltron. Und ich hab das Missplay gemacht, dass ich den Metaltron, ähm, gegen Spells unaffected gemacht hab. Hab ich dann noch mit den Jungs von Herz der Karten noch kurz besprochen, als wir die noch getroffen hatten. Äh, da ging dann die, äh, Hand vom Robin auch nur in die Facepalm-Position. Es war einfach total dämlich, äh, aber, naja, gut. Ich mein, das Missplay werde ich nie wieder machen. Also, es war auf jeden Fall witzig. Äh, also, im Prinzip, ich bin dann 2-4 gegangen. Ähm, war nicht so erfolgreich, aber ich mein, es war eine schöne Erfahrung. Ich hab richtig korrekte Leute getroffen, wo wir dann auch direkt zum Teil kommen, wie ich das Turnier generell fand. Also, für das allererste große Turnier fand ich es richtig klasse. Ich hab richtig Bock darauf, nochmal auf ein Größeres zu gehen. Ähm, auch wenn es jetzt eine YCS wäre, ich wäre auf jeden Fall dabei. Äh, die Jungs auch eigentlich. Also, es hat uns und mir vor allem sehr, sehr gut gefallen, ähm, wie gesagt, korrekte Leute getroffen. Man konnte sich mit eigentlich jedem gut unterhalten. Ähm, man hat sich austauschen können. Man hat mal andere Leute getroffen. Jetzt nicht aus der Region hier, sondern ich hab gegen Leute aus Münster gespielt. Aus Hamburg, aus Kiel. Wir haben noch Leute auf dem Netto getroffen, auf dem Netto-Parkplatz getroffen, äh, die dann, äh, schließlich in unserem Hotel gewohnt hatten. Ähm, da ging dann halt immer die Post-Turnier-Discussion los. Ähm, wir haben dann noch ein bisschen über Salimingrade gesprochen, haben dann auf der Matratze irgendwelche Testzüge gemacht und so. Es war halt wirklich cool. Ähm, ja, also auch zur Organisation des Turniers, äh, ich kann da das Interview von Renobrain nur nochmal, äh, ja, rezitieren, was übrigens auch mein Highlight des, des ganzen, des ganzen Wochenendes war. Nämlich, dass die Organisation wunderbar war, äh, große, große, große Props gehen da raus an die Turnierorganisation, äh, Konami Deutschland, ähm, war wunderbar, es ging flüssig. Man hatte, glaube ich, nur 20 Minuten zwischen den Runden, äh, Wartezeit, das war wunderbar. Also, äh, da kann man sich überhaupt nicht besperren. Und an sich, es war wirklich ein super Turnier, äh, Grüße auch noch, äh, gehen auf jeden Fall raus an die Jungs von Herz der Karten, an, äh, Renobrain auf jeden Fall für das Interview. Wie gesagt, das war mein persönliches Highlight, äh, ist eigentlich der Yugi-Tuber gewesen, der mich wieder vor drei Jahren zum Yu-Gi-Oh! gebracht hat. Und es war halt eine große Ehre, den interviewen zu dürfen. Und, ähm, ja, auch an jeden, den wir getroffen haben, der uns supportet hat, der uns auch vielleicht sogar abonniert hat. Ähm, es waren super coole, super korrekte Leute da, äh, ja, und, ähm, ich meine, ich, ich glaube, wir haben, ach nee, wir haben sie, glaube ich, gerade nicht da. Naja, naja, gut, egal. Aber auf jeden Fall, die Goodies, die man bekommen hat, war auch, waren auch alle super. Also, ich fand das mit dem Mousepad, das kannte man ja so nicht, wenn man nur auf Regionals geht, aber mit dem Mousepad und so, das fand ich halt schon richtig cool, dass man das bekommen hat, obwohl das Standard ist da. Aber es war wirklich eine coole Sache, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und, äh, ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, falls ihr noch nie da wart oder schon mal da wart und ihr nicht konntet, dieses Jahr geht auf jeden Fall nächstes Jahr hin. Wir sind sehr wahrscheinlich auch am Start, also ich glaube, das lassen wir uns nicht mehr entgeben. Da dann ein bisschen mit eherer Organisation und ein bisschen mehr Training vorher, aber auf jeden Fall, ähm, kann ich euch das nur empfehlen. Ich werde auch noch am Ende von meinem Turnierbericht, äh, die anderen drei folgen ja dann noch, äh, also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen davon begeistern oder dafür begeistern, dass ihr auch mal auf so ein Turnier geht. Es war auf jeden Fall mega cool, ähm, falls noch nicht getan, bewertet das Video, schreibt einen Comment, vielleicht wart ihr auch da und schreibt einfach rein, äh, wie es euch gefallen hat oder ob ihr dann noch mal hinfahrt. Ähm, und, naja, äh, Leute, abonniert uns natürlich, ihr wisst, wie es läuft und, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.